Sind das die entscheidenden Daten für den weiteren Verlauf der Märkte in den kommenden Wochen und Monaten? Die US-Inflationsdaten sind raus und die Märkte haben schon ordentlich darauf reagiert. Der traditionelle Markt, hier beispielsweise S&P 500, konnte nochmal ein höheres Hoch hinlegen, wohingegen Bitcoin absolut schwach performt. Die Daten scheinen auf den ersten Blick positiv zu sein, aber der Teufel steckt im Detail und es gibt ein großes Aber. Aber vor allem im Hinblick auch auf die Leitzinsentscheidung am morgigen Tag, das FOMC-Meeting steht an. Deswegen werden wir über die Ausgangssituation jetzt noch einmal sprechen, nachdem diese Daten rausgekommen sind. Und es gibt auch wichtige News rund um die SEC. Zum einen einen Gesetzesentwurf mit dem Ziel, Gary Gensler zu entlassen und die lang ersehnten Hinman-Dokumente im Fall SEC gegen XRP wurden veröffentlicht mit internen Mails, die maßgeblich dafür sein könnten, wie bei XRP, aber auch bei anderen Kryptowährungen entschieden wird, hinsichtlich der Frage, ob es ein Wertpapier ist, ja oder nein. Falls dir dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr. Abonnier den Kanal, dann verpasst du hier keine weiteren Updates mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir zunächst einmal mit den makroökonomischen Entwicklungen, die Inflationsdaten, die wir heute bekommen haben. Alle hatten die Augen heute drauf und ganz wichtig war es da zu verstehen, dass für die US-Notenbank natürlich auch die Headline-Inflation irgendwo wichtig ist, aber vor allem, dass die US-Notenbank auf Details blickt. Ich hatte es hier schon in diesem Tweet im Voraus schon geschrieben. Zum einen der Dienstleistungssektor, der im Fokus stand schon jetzt seit längerem, weil da die Preise sich nicht abgekühlt haben und weil vor allem in der Headline-Inflation die Abkühlung angetrieben war durch die sinkenden Energiepreise, da werden wir gleich auch auf die Details schauen. Und auch die Gebrauchtwagenpreise und Shelter-Kosts sind halt weiter am steigen gewesen in der Vergangenheit und da war die Prognose auch ähnlich. Was haben wir jetzt aber bekommen? Wir haben in der Inflation 4,0% bekommen, statt den 4,1%, die prognostiziert waren, also leicht besser als erwartet. In der Kernrate heißt, ohne Energiepreise und Lebensmittel sind wir genau auf dem Niveau, wie es auch erwartet war, 5,3% von Monat zu Monat betrachtet, 0,1%, nochmal leicht drunter unter der Prognose in der normalen Inflation und die Kernrate auch hier genau wie bei der Prognose erwartet, 0,4%. Und Bitcoin hat erstmal positiv reagiert, aber wie so oft in der Vergangenheit war der erste Move der falsche Move, zumindest bei Bitcoin, habt ihr gerade ja eingangs gesehen im Chart. Aber was man zunächst einmal festhalten kann, ist die Tatsache, dass wir jetzt 11 Monate in Folge eine Abkühlung in der Inflation gesehen haben. Diese Serie ist die längste Serie seit 1921, also extreme Maßnahmen. Der US-Notenbank bringt ja auch hier extreme Folgen. 11 Monate in Folge gab es, wie gesagt, zuletzt erst 1921. Wenn man jetzt hier aber nochmal auf die Details blickt in der Inflation, sieht man erstmal etwas Positives. Dieser blaue Balken, das ist der Dienstleistungssektor ohne Lebensmittel und Energiepreise und der hat sich hier auch deutlich nochmal abgekühlt im Vergleich zu den Vormonaten und das ist auch der stärkste Rückgang seit zwei Jahren im Dienstleistungssektor und das genau möchte ja die US-Notenbank sehen. Und wir haben auch die Folgen direkt in den Erwartungen für morgen gesehen. Morgen gibt es ja die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank. Nochmal zur Erinnerung, 19.30 Uhr werde ich live gehen und wir werden uns das dann gemeinsam anschauen. Auch die Pressekonferenz von Jerome Powell dann um 20.30 Uhr und dann werden wir mal drauf schauen, wie die Märkte darauf reagieren, wie Jerome Powell da Stellung bezieht. Aktuell sehen wir eine Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent, dass morgen keine Leitzinserhöhung stattfindet. Da bin ich gespannt, ob wir vielleicht tatsächlich hier nochmal dieses negative Überraschungspotenzial dann sehen und ob die US-Notenbank dann trotzdem 25 Basispunkte erhöht. Und aktuell sieht es der Markt zumindest nicht so, wenn wir sehen, was Jerome Powell dazu sagen wird und wie die Entscheidung dann ausfallen wird. Wenn man das aber jetzt erstmal sieht, könnte man meinen, es ist ja positiv, keine Leitzinserhöhung mehr und wir haben vielleicht den Zyklus der Leitzinserhöhung hinter uns und dementsprechend könnte ein Bullenmarkt, ein richtiger Bullenmarkt dann auch in die Nähe rücken. Das Problem ist aber, wie gesagt, die Kerninflation als Ganzes. Hier in Gelb dargestellt seht ihr die Kerninflation und die kühlt sich halt nicht wirklich ab. Und die Abkühlung der Inflation ist halt angetrieben durch die Energiepreise. Also hier in Grün dargestellt, unten rechts sind ja deflationäre Energiepreise die Antreiber für die Inflation, die jetzt gerade abkühlt und das könnte halt nicht nachhaltig sein. Und da passt hier dieses Meme dazu, Dezember 2021, Kerninflation 5,5% und jetzt im Juni sind irgendwie alle glücklich und das ist halt nicht der Fall. Die US-Notenbank wird darüber halt nicht glücklich sein. Und dementsprechend fallen halt auch die Wahrscheinlichkeiten, dass wir Leitzinssenkungen noch in diesem Jahr sehen, auch halt runter. Und wenn man sich mal den Base Case jetzt mal anschaut, die größten Wahrscheinlichkeiten, wie geht es jetzt mit den Zinsen weiter, sehen wir, wir sehen eine Pause morgen, dann im Juli nochmal eine Erhöhung, dann nochmal eine Pause und dann hier laut diesen Wahrscheinlichkeiten eine Senkung. Aber diese Wahrscheinlichkeiten sinken halt, wie gesagt. Also dieser Case, das was wir auch in Kanada gesehen haben, erstmal eine Pause und dann nochmal eine Erhöhung, das steht halt weiter im Raum und das ist auch so ein bisschen die Unsicherheit gerade im Markt bezüglich der US-Notenbank und der Leitzinsentscheidung. Aber trotzdem gibt es genug Daten, die auch einen optimistisch stimmen, was die Inflation zumindest betrifft, denn, das haben wir uns ja auch die vergangenen Monate auch immer wieder angeschaut, wie sehen die Prognosen bezüglich der Inflation aus, es könnte wirklich schnell dann auch nach unten gehen, durch Basiseffekte etc. Und hier mal eine interessante Korrelation für euch. In weiß dargestellt der ESM-Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen und in blau die Inflation. Und wenn man sich das mal anschaut, sind hier mal sechs Monate zwischen und man sieht, dass die Inflation immer diesem ESM-Einkaufsmanager-Index folgt und wenn es danach geht, könnten wir tatsächlich hier irgendwo unter drei Prozent dann auch in den nächsten Monaten landen und dann könnte auch die US-Notenbank ein bisschen lockerer vorgehen. Und auch hier nochmal eine zusätzliche Prognose für die Inflation. Für heute waren 4,2 Prozent prognostiziert, also wir liegen da schon mal ein bisschen niedriger und für Juni wären wir schon bei 3,2. Also wenn die da auch nochmal ein bisschen niedriger wäre, könnten wir tatsächlich vielleicht sogar die 3-Prozent-Marke knacken. Und wenn man überlegt, wir sind von 4,9 auf 4,0 gefallen, kann man auch schon sagen, dass wir in großen Schritten jetzt gerade mit der Inflation runtergehen und das ist erstmal positiv, weil dann auch dieser Spielraum für die US-Notenbank dann da ist, wieder eine lockere Geldpolitik an den Tag zu legen. Falls ihr die aktuellen Bewegungen auch traden möchtet, kann ich euch BitGed ans Herz legen. Da gibt es aktuell eine Aktion bis zum 20. Juni mit einem Preispool von 3.500 US-Dollar für all diejenigen, die sich hier unten in der Videobeschreibung mit dem Link anmelden. BitGed hat auch SEPA-Einzahlungen, also da kann man direkt losstarten, wenn man möchte. Damit unterstützt ihr auch diesen kostenlosen Content und könnt dann direkt auch loslegen. Der politische Druck auf Gary Gensler und die SEC wächst. Wir haben einen neuen Gesetzesentwurf gestern reinbekommen, den SEC-Stabilisierungsgesetz vom US-Kongressabgeordneten Warren Davidson, der hier mit dem Ziel dieses Gesetzes einreicht, Gary Gensler zu entlassen. Er sagt nämlich, die US-Kapitalmärkte müssen vor einem tyrannischen Vorsitzenden geschützt werden. Deshalb bringe ich eine Gesetzgebung ein, die den anhaltenden Machtmissbrauch beseitigt und einen Schutz gewährleistet, der im besten Interesse des Marktes für die kommenden Jahre ist. Es ist Zeit für eine echte Reform und die Entlassung von Gary Gensler als Vorsitzender der SEC. Ob das wirklich so einfach durchzusetzen ist, das ist natürlich jetzt die große Frage, aber der politische Druck wächst. Und da müssen wir mal schauen, ob das auch seine Früchte trägt. Man darf halt auch nicht vergessen, auch wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass Gary Gensler entlassen wird, wer wird der Nachfolger, wird der kryptofreundlich sein? Ich bezweifle es. Also deswegen darf man das jetzt hier auch nicht zu hoch hängen, aber das hat natürlich auch irgendwo Symbolcharakter nach diesen willkürlichen Entscheidungen, willkürlichen Aussagen von Gary Gensler und der SEC, dass da politischer Druck reinkommt. Und wir sehen weitere Folgen durch die Klagen, beispielsweise hier Etoro, die in den USA jetzt auch Token delisten werden. Algorand, Decentraland, Dash und Polygon werden sie in den Staaten delisten. Also erstmal vier Token. Wir haben ja auch bei Robinhood ähnliche Entwicklungen gesehen. Mal schauen, wie sich das Ganze hier fortführt. Und in dieser großen Frage, sind diese Token Wertpapiere ja oder nein, gibt es ja einen großen Fall, der ja schon seit Jahren läuft, die SEC gegen XRP, wo die SEC sagt, XRP ist ein Wertpapier. Ihr habt hier ein ICO gemacht, ihr habt ja ein Unternehmen dahinter und das ist hier ein Wertpapier und hier kein Commodity, also kein Rohstoff. Und dieser Fall läuft ja lange. Und Ripple und die Verteidigung von Ripple hat ja sehr darauf gepocht, dass die Hinman-Dokumente veröffentlicht werden. Bill Hinman ist ein Ex-Direktor von der SEC und er hat eine Rede im Jahr 2018 gehalten, wo er sich geäußert hat, rund um die Kryptowährung, rund um Bitcoin und Ethereum beispielsweise, und beide nicht als Wertpapier eingestuft hat. Und seitdem möchte man halt auch interne Dokumente dazu haben, um zu sehen, was waren denn da die Beweggründe, dass er das so geäußert hat, was waren da die Entscheidungen. Und da wurde, wie gesagt, lange darauf gepocht, dass diese Dokumente veröffentlicht werden. Und heute ist es soweit, E-Mails etc. Und was man jetzt sehen kann im Prinzip, und das halte ich euch jetzt auch wirklich kurz, da braucht man nicht wirklich ins Detail gehen, denn die Quintessenz dahinter ist einfach die Tatsache, dass zum einen die Äußerungen natürlich auch zu dem jeweiligen Kenntnisstand erfolgt worden sind, dass intern aber auch sehr viel darüber diskutiert worden ist, dass das noch zu zusätzlicher Verwirrung kommen könnte, wenn diese Aussagen getätigt werden. Also da zieht man sich auch ein bisschen aus der Verantwortung und sagt, ja, das ist der aktuelle Kontext. Es kann sein, dass sich das in Zukunft auch ändert. Und vor allem auch mit Hinblick auf XRP, ist es wirklich kein Dokument dabei gewesen, wo man sagen könnte, okay, das entlastet XRP, weil das ja auch der große Kritikpunkt am Ende des Tages ja auch heute ist, dass es da keine klaren Regeln gibt und dass da irgendwie willkürlich entschieden wird. Der Hovi-Test wird nicht richtig angewandt, es werden weitere Kriterien genommen. Und das wurde auch damals bei ETH gemacht. Aber das heißt halt nicht, dass das jetzt für XRP etwas Positives ist. Es gibt zig Beiträge auf den sozialen Netzwerken, wo Anwälte sich auch äußern. Und da ist eigentlich die gängigste Meinung, dass das jetzt nicht wirklich hilfreich war oder nicht das erhoffte Ergebnis für XRP jetzt hier war, wie sich es vielleicht jetzt das Unternehmen gedacht hätte. Was aber jetzt als Folge kommt, Ripple möchte hier Untersuchungen gegen Bill Hinman haben, weil genau diese Entscheidungen so getroffen worden sind, weil diese Aussagen getätigt worden sind und weil er dadurch den Markt noch mehr verunsichert hat und deswegen halt diese Entscheidungen immer noch nicht getroffen werden können. Also bin mal gespannt, wie es da weitergeht, ob es da überhaupt irgendwelche neuen Entwicklungen in die Richtung dann zeitnah gibt. Wir warten wirklich schon lange. Ob jetzt wirklich das jetzt ausreicht, um da Entscheidungen zu treffen, werden wir abwarten müssen. Aber wie gesagt, für Ripple war es jetzt nicht das erhoffte Ergebnis. Kommen wir jetzt zum Bitcoin-Preis. Wie eingangs erwähnt, underperformed Bitcoin die traditionellen Märkte, während die traditionellen Märkte, die hier einen hoch nach dem anderen hinlegen, nochmal positiv gestartet sind. Jetzt korrigiert das Ganze ein bisschen beim S&P. und Bitcoin kann hier ja erstmal einen lokalen Boden hier finden. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber in den letzten Tagen und Wochen performt Bitcoin wirklich deutlich schlechter als die traditionellen Märkte. Aber da muss man auch vielleicht nochmal ein bisschen rauszoomen, wenn man die letzten sechs Monate sich anschaut, hat Bitcoin immer noch bessere Performance als der Nährstack, als der S&P 500 und auch als der Dow Jones. Neue Liquidierungszonen sind dazugekommen. Seit 14.30 Uhr sind einige Short-Positionen dazugekommen. Deswegen drei neue Liquidierungszonen hier für euch. 26.400 Dollar, 26.750 und 27.300 US-Dollar sind die neuen Liquidierungszonen. Könnte aber auch wirklich sein, dass wir hier nochmal auf die 25 laufen und diese Long-Positionen auch erstmal liquidieren. Es wird auf jeden Fall volatil. Morgen gibt es auch nochmal vorher die Erzeugerpreise vor der Entscheidung der US-Notenbank. Also auch da wird der Markt draufschauen. Bin gespannt, ob es dann wirklich morgen volatil wird, ob es da überraschende Aussagen oder Entscheidungen gibt. Wie gesagt, da schauen wir uns gemeinsam an. Schaltet gerne rein, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das Ganze auch nicht. Morgen um 19.30 Uhr. Das ist das Update für heute. Falls es dir gefallen hat, lasst gerne hier einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Schreibt vor allem gerne auch einen Kommentar. Für den YouTube-Algorithmus, dass die Bots auch untergehen. Vielen Dank für das positive Feedback, wie immer, Leute. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.